Wir haben ja schon reihenweise, wir werden hier niedergemetzelt, aber egal, solange es Spaß macht. Alter, die Invasion hat begonnen, dumm, 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 diese roten Klötze, wenn man einen abschießt, einfach nur geil. Tut mir leid, dass ich ein bisschen arken Rusher bin, also immer, einfach vornherein hinrennen, ich hoffe, das ist kein Teamkollege, doch ist es. Ja, und, das ist meine Art zu spielen, ich sterbe da zwar oft, aber so spiellich halt, das macht mir Spaß, ich bin kein Camper, ich bin kein Cheater, ich bin kein Hacker, ich bin einfach so, wie es mir Spaß macht. Hä? Bäm, mein Teamkollege stirbt. Man sieht, ich bin sehr sozial zu meinem Online-Teamkollegen. Shit! Nein, nein, nein! Und Abfahrzeugung in den Boden! Was? Von hinten, was für ein Drecksack! Alter, das gibt's nicht! Und, boah, weg mit dir, Baum, ich lass meine Wut an Bäumen aus! What? Da ist einer im Nebel! Verstecken sich diese Viecher schon im Nebel, und uns hinterhält sich anzufallen! Boah, da ist jemand! Boah, da ist jemand! Verdammt, wer ist das? Zeig dich! Boah, ist ja mein Teamkollege! Ach ja! So, ich denke, das reicht für heute mit Spielen! Ich mach das nächste Mal weiter! Ich würd' mich freuen, wenn er wieder einschaltet, und ciao! So, ich muss jetzt zwangsweise leider kappen, finde ich hier in einem neuen Server, der ist, glaube ich, mit Capture the Flag, ich bin mir, nein, 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 nein! Oh, Gott, war das peinlich, ich bin mir aber nicht sicher, äh, bloß Grafikfehler, da lieg' ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob das so ist, oder? Das ist gut, ich bin mir nur ums Abballern, kann es sein, nein, nein, halt, oh Gott, wie mies! Okay, meine Rache ist gekommen, so, der Lauffall, hallo! Lauf, hallo! Lauf, hallo! Lauf, hallo! Lauf, hallo! Keine Hobbys, oder so? Egal, los geht's! Ich baue mir mal ein bisschen hier, ah, egal! So, müsste es richtig sein! Ich bin für ein... Yes! Du hast so viele Leben noch, zwei und am Anfang hatte ich 100, warum nicht? Jetzt snipern die... Was ist das hier für eigentlich für eine scheiß Map? Was, du, das, hä? Nein, Tante, ich seh dich! Hm? Hm? Jetzt lauf! Ach so, ich spawn hier direkt beim gegnerischen Lager, oder was? Ist halt sterb ich so schnell! Da! Das! Das! Wow! Nein! Kill! Wird immer besser! Und da liegt er! Ah! 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 Halt! Ah! 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 Verdammt! Ich hab so das Gefühl... Wir sind wild! Alter! Wie lange hat es gedauert, die Häuser da herzustellen! Aber hier ist ja auch schon Map Ende! Also... Ey, der macht's schlau! Der Buddeln... Ja, komm! Hier, hier, hier! Der Buddeln des gegnerischen Lager hier! Ein! Vielleicht stürzt dann ja in die Tiefe! Ja, so! Hopp! So! Und jetzt komm ich mit meinem ganz niesen Trick! Ich baust den einfach zu! So! So! Und jetzt komm ich mit meinem ganz niesen Trick! Hier! Also ich möchte nicht der Gegner sein, der hier spawnt! Dann muss er sich erstmal durchgraben! Und bis dahin hat er schon längst drei Headshots von mir bekommen! Und liegt da irgendwo tot im Graben! Halt! Er beobachtet... Fast zur Hölle! Er bekämpft sich hier auf! Und diese Action! Unglaublich! Adrenalinkick! Unnötig! Oh, so! Du weißt das also, hä? Du! Oh! So! Der nächste Kill! Boah, den zeig ich jetzt aber mal, ey! Den zeig ich! So! 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 Ah, nee! An den... An den Dächern hier kann man sich sein Leben wieder aufheilen! Also... Da müssen sie erstmal hinkommen, glaube ich! So! 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 Und Waffe ausgewählt! Du! 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 Irgendwo hier müssten die sein! Soll das hier eine Tankstelle darstellen oder so? Ich hab... kein... Ein verstockter Minenschacht! Ein Bonusraum! Hier finden die Kämpfe statt! Und die kämpfen hier auf Leben und Tod in einer Art Arena und ich gammel da oben und baue irgendwelche Helds... Restortinger... zu... Eingrücken! Oh! Oh! Das ist mein Freund zum Glück! Und Boooot... Ja... Nur schon im Boden stecken bleiben! Auf diesem weiten Fluch ist keiner! So! Wir bauen uns nach unten! Nein! Och! Boah, ist das mies! Welcher Departy Map gebaut, alter! Wie mies! Komm schon! So... Hier... Boah, ich will zu der geilen Stadt, ganz ehrlich! Ich will da hin! Aber nur ein Block! Ha! So, das war's mit dem scheiß Cheater-Doll! Und noch alles so ein super Schuss sich getschiedelt, gell? Oh Gott! Ja! Scheiße! Das gegnerische Team hat gewonnen! Nein! Und Disco! Oh yeah! Und ich folg mal meinem... Hm... Kollegen! Boah! Was ist das denn? Oh nein! Egal! Wir kramen uns hier durch! Was ist das denn? Ein Raum ohne Boden? Na ja, wir gehen... Oh! Das ganze Falltode! Wie mies! Da hat sich jemand Mühe gegeben! Ganz ehrlich! Ist egal! Wir machen mal gleich mal weiter! Dort muss jemand sein! Hier irgendwo ist jemand! Da! Da! Komm zu Papa! Na! Ich warte! Ich geh einfach mal in die Stadt rein, weil die mir gefällt! Vielleicht finde ich ja was Nettes zum Kaufen! Vielleicht so eine Action-Figur! Von irgendeinem schwulen Superhelden! Mit dem Schrampelanzug! Oh! Was für ein Idiot! Läuft noch direkt ins Kreuzfeuer, oder? Oder liegt das einfach daran, dass wir so gut sind? Okay, er ist ein Idiot! Weg! Der Nächste! Da oben links eine Tasse Tee! Da müsste jemand sein! Oh Gott! Juhu! Da! Ich hab jetzt irgendwie Bock ganz schnell nach unten zu kommen! Hat sogar gar nicht mal so viel gezockt! Hier! Oh! Wenn ich da jetzt einen Schritt weiter mache, bin ich tot! Nein! Oh! Bin ich dumm! Boah! Oh! Das gibt's nicht! Aber hey! Ich bin direkt hier gespawnt! Lol! Und auf geht's in die Stadt! Döhm! Döhm! So, so, so! Wir machen das auf die altmodische Art und graben uns durch den Boden! Na was?! Welcher Sack hat der so gebaut?! Boah! Was für eine miese Falle! Boah! Ist der gemein! Du bist dran schuld! Du bist dran schuld! Boah! Ganz ehrlich! Ich weiß nicht! Hä? Ich spiele! Ah ne! Es lag mal ein Blöcken für unser Störbaum! Irgendwo! Äh! So! Und ich glaube im ersten Part weiß ich jetzt, wieso ich einmal gestorben bin durch eine Explosion, obwohl kein Gegner da war! Wenn man zu lange mit einer Granate in der Hand rumsteht, dann explodiert die automatisch! Hätte man mir ganz ehrlich auch mal früher sagen können! Hab da aber keiner! Und hier ist es seltsam bunt! Das macht mir irgendwie Angst! Hey, das ist ja schlau gebaut! Jetzt mal ernsthaft! Oder bin ich jetzt genau da wo ich hergekommen bin? Okay! Na! Boah! Alter! Also für heute reicht's glaube ich! Ich hab... Nein, schon aggressiv! Uaaaah!